Das Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erfolgt sich großer Beliebtheit. Für das Schuljahr 2024-2025 haben zahlreiche Schulen Projektideen zum Lernen am Denkmal eingereicht. Eine Jury hat 38 Schulen aus elf Bundesländern ausgewählt. Die Projekte können nun gefördert und fachlich koordinativ begleitet werden. Die Teilnehmerschulen erhalten eine Förderung in Höhe von 1.900 Euro. Lerngruppen ab Klasse 5 in allgemeinen und berufsbildenden Schulen beschäftigen sich mit dem vielfältigen kulturellen Erbe wie Einzelbauwerke oder Ensembles, technische Anlagen oder historische Grünanlagen. Alle bieten einen einzigartigen Zugang zu unserer Geschichte. Genauso sind es ausschlussreiche wie anschauliche Zeugnisse der Lebens- und Arbeitsweise in unterschiedlichen Zeiten. Partner des Schulprogramms Denkmalaktiv im Schuljahr 2024-2025 sind die Bildungsministerien der Länder, so auch von Sachsen-Anhalt sowie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und die Deutsche UNESCO-Kommission. Letztere ist auch Schirmherrin von Denkmalaktiv. 8,500 Euro Vielen Dank.